ARD Text im Auftrag von Funk Moin moin moin! So, ähm, wir haben ein kleines Problem. Ähm, nein, meine Haare sind nicht das Problem. Ähm, das Problem ist... Das Material, was eigentlich, oder das Video, was eigentlich heute kommen sollte, ist mir das schon aufzurollen. Oder, ähm, mir fällt das gerade schon auf. Ähm, das Material kann ich leider nicht verwenden. Da heißt, der Grund, die Dateien, oder die Festplatte, ist beschädigt. Da heißt, ähm, die ist beschädigt. Die kann man nicht mehr wiederherstellen. Ich habe das eben schon mal kurz versucht. Da heißt, ich gebe heute leider überhaupt kein Vlog, äh, Video. Und das tut mir sehr leid. Weil es waren echt coole Momente dabei. Ähm, zum Beispiel jemanden getroffen haben, ähm, der auch mal, ja, YouTube mal, ähm, ein bisschen von sich erzählt hat. Dann, ähm, jemanden anderen, den ich auch Destin angeschaut habe, ähm, ja, getroffen habe. Ähm, und die eben Livestream, ähm, da hatten, oder gestreamt haben. Das waren sehr coole Momente. Leider, ähm, kann ich die Dateien leider nicht verwenden. Denn Push sind einfach weg. Die sind beschädigt. Es tut mir auch echt leid. Aber das heutige Video war dann leider auch so. Und wir sehen uns morgen einfach zum nächsten Video. Tag nicht mehr rufen. Ich hoffe, morgen wird der Halle ein bisschen besser. Und damit bleibe ich. Schönen Abend. Macht's gut. Lack gut. Bis morgen. Oder bis heute. Ciao.